Hallo und herzlich willkommen. Wir stehen hier vor dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Mein Name ist Wolf Eiermann, ich leite das Haus und wir werden jetzt nachher mit zwei Kolleginnen von mir drei Bilder für Sie besprechen, die wir ausgewählt haben. Zum einen, weil es uns so gut gefallen, aber zum anderen auch, weil sie in der Welt der Kunst eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Ja, wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen unsere Lieblingsbilder ausgesucht. Das sind natürlich jetzt nicht die Bilder, die wir alle als die absolut wichtigsten vielleicht in unserer Sammlung im Museum bezeichnen würden, aber sie sprechen uns als Kunsthistoriker und Kunstvermittler natürlich in besonderem Maße an. Hier stehe ich vor einem Werk, das Max Slefogt, ein bekannter deutscher Maler, den man dem Impressionismus zuordnet, 1896 gemalt hat. Und der Reiz dieses Werkes für mich liegt darin, dass es all das hat, was ein großes Kunstwerk ausmacht. Das ist zum einen spannender Farbauftrag. Also, wenn Sie das anschauen, dann sehen Sie hier große Flächen in schwarzer Farbe, die aber, wenn man genau hinschaut, gar nicht schwarz sind, sondern dunkelviolett und auch Auberginefarben. Und sie korrespondieren hier im Hintergrund mit einer Bühne, einer Theaterbühne und darum geht es auch in diesem Werk. Es ist ein Maskenball zu sehen. Hier im Vordergrund eine junge Frau, überglücklich, sie tobt ganz ausgelassen und zieht einen Mann hinter sich her. Spannend ist aber auch das Thema, das hier Max Slefogt wählt, denn wir sind in einer Zeit, in der es noch auch um das Thematische geht. Also um 1900 herum lässt ja die Kunst sich ein bisschen mehr ein auf Formen und Farben und ein anderer Maler namens Leipel hatte damals postuliert, in der Malerei geht es nicht um das Was, also um die Thematik, sondern es geht um das Wie. Dieses Bild vereint aber noch beides. Also man könnte geradezu sagen, Max Slefogt zeigt, um was es geht und er zeigt, wie man es malen soll. Das Bild hat mich auch noch deswegen gefangen genommen, weil der Titel etwas rätselhaft ist. Wir sehen also in einer Redoute, so hießen damals die großen Säle, und dieses Bild wurde noch in München gemalt. München war um 1900 berühmt für seine Faschingsballbälle und diese Bälle fanden statt in den Reduttenseelen. Und so ist der Titel des Bildes eigentlich auch richtig gewählt. Maskenball. Sie trägt ja eine Maske, erinnert uns jetzt natürlich gerade an die Corona-Zeit. Und dieser Mann hinter ihr hat ja auch eine Maske. Und sie ist noch voller Energie. Es ist ja wie ein Filmausschnitt. Sie zieht ihn hinter sich her, man tobt ausgelassen. Und im Hintergrund sehen wir nur schemenhaft, dass da noch viele, viele andere Leute in diesem Theater sind, auf dessen Bühne sie gerade tanzt. Und sie tanzt nicht so richtig, sie zieht einen Mann hinter sich her. Das Merkwürdige ist ja jetzt, wenn wir uns ein bisschen so die Rolle der Geschlechter anschauen. Ist denn das typisch, dass eine Frau einen Mann hinter sich her zieht? Dann ist auffallend, dass sie rote Haare hat. Das hat eine bestimmte Aussage. Rote Haare galten damals als, soll man sagen, geradezu sittenwidrig. Ja, die Damen, die tatsächlich natürliche rotere Haare hatten, denen konnte man natürlich nichts anhaben. Aber wer sich die Haare extra rot gefärbt hat, naja, das war dann schon ein bisschen kritisch. Und Sleefocht hat genau in dieser Zeit immer wieder die Schauspielerinnen, aber auch die Damen von einem gewissen zweifelhaften Ruf gerne mit roten Haaren gemalt. Nun, ganz wichtig ist eben, dass der Titel des Bildes ein ganz anderer ist. Wir finden den Titel des Bildes zuallererst in einigen Jahren darauf in einer Publikation, die ein mit Max Leefocht, befreundeter Kunsthistoriker, namens Voll, verfasst hat. Und er sagt uns, das Bild heißt nicht Maskenball oder Faschingszene, nicht dieses lockere, lustige Treiben und das geht es da anscheinend gar nicht, sondern es heißt Totentanz. Aber was ist damit gemeint? Hier geht es doch nicht um Tote, die da tanzen, sondern man kann höchstens sagen, man kann sagen, dass diese Männerfigur, die er ja auch immer andeutet, den Tod symbolisiert. Die Frau also quasi im höchsten Moment des Glückes, in der höchsten Lebensfreude jemanden im Schrecktau hat, der eigentlich in Tod verheißt. Und das ist doch eigentlich, wie soll man sagen, schon ein psychologischer, aber doch philosophischer Ansatz des Malers, dass er hier die höchste Freude, den Spaß immer so ein bisschen auch vereint mit der dunklen Seite, die natürlich unser Schicksal immer wieder begleitet. Und das ist ja auch unser Leben. Wir müssen immer das eine mit dem anderen zusammen sehen. Und darauf deutet, spielt der Titel an. Aber woher kommt er? Dazu muss man wissen, dass 1896, als Max Lefugt diese, wie ich sagte, Filmszene gemalt hat, ein berühmter Dramaturg, ein Werk in München in Künstlerkreisen vorstellte, das er 1891 geschrieben hat. Und das war Frank Wedekind. Und Frank Wedekind hat auch geschrieben in der Zeitschrift Simplicissimus. Und diese Zeitschrift Simplicissimus hat 1896 ihre erste Folge vorgestellt. Der Absatz war reißend und da ging es natürlich auch um Gesellschaftskritik. Und Max Lefugt war derjenige, der die Gedichte, die Frank Wedekind im Simplicissimus veröffentlicht hat, illustrierte. Also er kannte sehr gut Frank Wedekind. Und wenn wir in eines dieser Hauptwerke von Frank Wedekind blicken, dann finden wir auch eine gewisse Erklärung für dieses Bild. Ich zitiere jetzt aus dem Werk Frühlingserwachen von Frank Wedekind aus dem Jahr 1891, das mit Sicherheit Max Lefugt gekannt hat, der ja diese Gedichte von Frank Wedekind im Simplicissimus illustrierte. Man braucht dich nur anzusehen, Moritz, sagt die Ilse. Ich kenne keinen Katzenjammer. Vergangenen Karneval kam ich drei Tage und drei Nächte in kein Bett und nicht aus den Kleidern. Von der Redoute ins Café, mittags ins Bella Vista, abends tingeltangeln, nachts zur Redoute. Lena war dabei und die dicke Viola. In der dritten Nacht fand mich Heinrich. Er war über meinen Arm gestolpert. Ich lag bewusstlos im Straßenschnee. Darauf kam ich zu ihm. 14 Tage lang verließ ich seine Behausung nicht. Eine gräuliche Zeit. Morgens musste ich seinen persischen Schlafhund überwerfen und, und, und. Ich zitiere jetzt nicht alles. Aber interessant ist, wie sich das dann bei diesem Freund, diesem Heinrich, entwickelt. Sie erzählt dann, einmal war ich Ariadne, einmal musste ich mich als Leder verkleiden, einmal als Ganymed. Einmal auf allen Vieren als weiblicher Nebuchadnosor griechen. Dabei schwärmte Heinrich vom Umbringen, von Erschießen, Selbstmord und Kohlendampf. Früh morgens nahm er eine Pistole ins Bett, lud sie voll Spitzkugeln und setzte sie mir auf die Brust. Eins, wie kommt, so drück ich. Oh, hätte er gedrückt, Moritz, hätte er gedrückt. Dann nahm er das Ding in den Mund wie ein Pustebo. Oh, das weckt den Selbsterhaltungstrieb und dann brrrr, die Kugel wäre mir glatt durchs Rückgrat gegangen. Also Sie sehen, dass in dieser Zeit mit Redoute und mit Mastenball tatsächlich auch so ein bisschen die dunkle Seite des Schicksals verbunden wird. Dieses Bild dient also nicht der Aufklärung und es ist mit Sicherheit auch nicht pädagogisch wertvoll, sondern es ist ein sehr ambivalentes Bild in der Thematik. Was heißt das? Das heißt, dass auf der einen Seite es hier wirklich um die Lebensfreude geht und auf der anderen Seite so ein bisschen auch die Gesellschaft der Zeit des milhelminischen Kaiserreiches gespiegelt wird. Denn es geht natürlich auch um die Moral in dieser Zeit. Und wir heute im 21. Jahrhundert denken immer, wir leben so weit weg davon. Wenn man sich aber solche Bilder anschaut und gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie wird einem plötzlich klar, dass wir dem Schicksal in dieser Funktionalität des Guten und Bösen auf der einen Seite des Hellen und des Dunklen, das ja auch hier in diesen ganz dunklen Kleidern symbolisiert wird, nicht entrinnen können. Es ist aber die Kunst unseres Lebens, hier uns unsere Freude nicht nehmen zu lassen. Und ich sage immer wieder, ich gehe vor dieses Bild und schmunzle manchmal und denke, ja, so einen Faschungsball würde ich trotzdem gerne machen.